Herzlich willkommen zum Academy Talk aus der Wohninvest Academy in Fellbach. Die Juli-Ausgabe nach Kunst, Sport folgt jetzt Politik. Und wir haben eine echte Vollblut-Politikerin heute zu Gast. Sie ist die Kultusministerin des Landes Baden-Württemberg und Spitzenkandidatin der CDU für den Landtagswahlkampf im März nächsten Jahres. Wir freuen uns auf Frau Dr. Susanne Eisenmann. So, so. Dieses Mal haben wir also eine Vollblut-Politikerin in unserer Sendung. Susanne Eisenmann, ihres Zeichens Ministerin für Kultus, Jugend und Sport. Oder kurz gesagt, Kultusministerin von Baden-Württemberg. Okay, das ist jetzt auch nicht unbedingt kürzer. Aber egal. Wichtiger ist, wie ist sie überhaupt zu diesem Amt gekommen? Hier eine kleine Gedächtnisstütze. Also, Susanne Eisenmann hat ihre politische Karriere im zarten Alter von 16 Jahren gestartet. Erste Amtshandlung, Eintritt in die Junge Union. Das war 1980. Seither ist sie der CDU treu geblieben. Erst als Bezirksbeirätin. Dann als persönliche Referentin vom damaligen CDU-Landtagsfraktionsvorsitzenden Günter Oettinger. Und, und, und. Bis die gebürtige Stuttgarterin zur Bürgermeisterin für Kultur, Bildung und Sport gewählt wurde. Turnen waren nicht so meins. Ich war ein absoluter Ballsportfan. Nice to know. Danke, Frau Eisenmann. 2016 folgt schließlich die Wahl zur Kultusministerin des Landes Baden-Württemberg. Ein richtiger Reisejob, den sie da ergattert hat. Stippvisiten, Stehempfänge und Standing Ovations. Viel Präsenz. Aber all das reicht ihr nicht. Die Frau ist ehrgeizig. Und deshalb wirft sie bei der Landtagswahl 2021 auch ihren Hut in den Ring. Natürlich als Spitzenkandidatin für die CDU. Ihre Referenzen? Klar. Eine lange politische Laufbahn, 13.000 Likes bei Facebook und ein Bild von einer Alliteration als Wahlslogan. Ehrlich. Echt. Eisenmann. Herzlich willkommen, Frau Ministerin. Hallo. Es ist eine harte Zeit. Seit 17 Wochen sind Sie im Krisenmodus. Wie viele freie Tage gab es denn so in den letzten Wochen? Ach, nicht so arg viele, weil es natürlich seit Mitte März eine ungewöhnliche Situation ist. Aber das geht ja nicht nur mir so, es geht vielen so. Und deshalb ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnlichen Einsatz und deshalb kein Problem. Am Anfang gab es ganz viel Zustimmung für die Politik. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gewandelt. Da gibt es immer mehr Kritik, auch gerade in Ihrem Ressort. Wie gehen Sie persönlich damit und was macht das mit Ihnen, auch als Mensch? Naja, Kritik gehört dazu. Sie machen Politik. Politik heißt Entscheidungen treffen. Politik heißt Entscheidungen nach Abwägungsprozessen zu treffen. Und das ist natürlich immer etwas, wo man sagen kann, den einen geht es bezogen jetzt auf Corona und die Öffnungen nicht schnell genug. Es gibt aber auch viele, die Angst haben. Und da einen Mittelweg zu finden, das ist immer eine Herausforderung. Aber das ist Teil der Arbeit und deshalb, ich kann mit Kritik gut umgehen. Was ich manchmal schwierig finde, ist die Tonart. Wenn man nimmt über Social Media oder woanders, die Tonart ist sehr aggressiv, sehr intensiv, sehr emotionalisiert. Da wundere ich mich manchmal. Aber ansonsten gehört Kritik zum Leben und damit muss man umgehen. Und zum Teil ist sie berechtigt, zum Teil nicht. Aber die Tonart ist manchmal schwierig und wird zunehmend schwieriger. Sie sind ja auch als sehr volksnahe Politikerin bekannt. Sieht sie durchaus auch mal in der Stadt, ob beim Einkaufen oder auch mal bei einem Fest auch mal da sitzen. Hat sich das auch so ein bisschen gewandelt? Werden Sie so beim Bäcker, beim Metzger oder in der Stadt einfach auch mal blöd angemacht? Da muss man sagen, im direkten Kontakt, das finde ich auch gut. Ich freue mich, wenn ich angesprochen werde. Das gehört ja dazu. Da ist die Tonart in der Regel freundlich. Und selbst wenn man unterschiedlicher Meinung ist, das ist ja in Ordnung. Und nein, eher die Anonymität von E-Mails oder auch von Facebook, das ist eine Tonart, die zunehmend aggressiv wird. Das bedauere ich auch. Und das ist aber auch das Thema, wie wir miteinander umgehen, muss man schon auch gesellschaftlich diskutieren. Aber sonst im direkten Gespräch beschwere ich mich gar nicht. Es sind meistens gute Gespräche, auch wenn der andere Kritik hat. Gut, gehört dazu. Ist denn so diese große Ungewissheit und das Vertrauen müssen auch auf Experten, auf Wissenschaftler, so der schwierigste Faktor gerade in dieser Zeit, dass man selbst eigentlich wirklich nur vertrauen muss auf das, was man zugetragen bekommt? Also sicher ist zurzeit in diesen Corona-Zeiten die Ungewissheit. Das, was viele stört, viele verunsichert, das verstehe ich auch. Viele wollen wissen, wie geht es jetzt weiter morgen, übermorgen, im September mit den Schulen. Natürlich planen wir verschiedene Szenarien. Aber wie es konkret weitergeht, hängt nun mal davon ab, wie sich Corona, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Und da sind wir natürlich abhängig von Einschätzungen, von Virologen, von Gesundheitsämtern, von denen, die natürlich da einen anderen Blick drauf haben. Und deshalb kann man manches nicht gleich beantworten oder nicht mit der Gewissheit, die man sich übrigens selber wünscht und die vor allem Eltern, Schüler, Lehrer, Bürgerinnen und Bürger sich wünschen. Und das ist, glaube ich, das, was zum Teil auch eine gewisse Aggression auslöst, diese Ungeduld. Aber klar, die Abhängigkeit ist da. Pandemie haben wir nicht eingeübt. Und da brauchen wir die Fachleute aus dem medizinischen Bereich, die uns da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist tatsächlich so. Es ist auf jeden Fall die intensivste Zeit Ihrer bisherigen politischen Laufbahn. Was ist so der wichtigste Lerneffekt, den Sie jetzt so aus den letzten Wochen mitnehmen können? Naja, also dass wir Mitte März aufgrund einer Pandemie im Grunde einen Lockdown machen, alles schließen, zu Hause bleiben, soziale Kontakte einschränken, Schulen zu sind, Kitas zu sind. Ich glaube, das hat sich keiner vorstellen können. Und es ist schon, sagen wir mal, ein Prozess, wo man feststellen kann, es kommen halt zum Teil Dinge, die nicht planbar sind, für die es auch keine Blaupause gibt, wo zwar jeder erwartet, dass man auch hier schnell und zuverlässige Lösungen bietet, aber das gibt es halt nicht. Und da muss ich, glaube ich, auch Politik dazu bekennen, zu sagen, wir wissen noch nicht, wo wir in vier oder in sechs Wochen stehen. Wir bemühen uns nur, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was neu ist. Wir leben alle in einer gewissen Berechenbarkeit. Wir wollen Gewissheit, wir wollen Sicherheit haben. Und das war jetzt sicher eine Erkenntnis der letzten Wochen, dass es nicht zwingend so ist. Und Dinge von außen kommen, auf die man dann reagieren muss. Und ansonsten muss man sicher auch sehen, was man aus Corona an der Zeit letztendlich mitnimmt. Auch das Schlechte hat was Gutes und da müssen wir, glaube ich, schon die eine und andere Erkenntnis auch gemeinsam draus ziehen. Mehr zu den Herausforderungen in dieser Corona-Zeit und über den bevorstehenden Wahlkampf um den Landtag in Baden-Württemberg. Gleich nach der Pause bleiben Sie dran. Unser Academy-Talk aus der Wohninvest Academy in Vellbach. Heute mit Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann. Grüß dich. Was geht ab? Yes. Danke. Danke. Gemeinsam, außergewöhnlich erfolgreich, Zukunft gestalten. Wohninvest. Herzlich willkommen zurück zum Academy-Talk hier aus der Wohninvest Academy in Vellbach. Und auch heute mit der Kultusministerin des Landes Baden-Württemberg, Dr. Susanne Eisenmann. Frau Ministerin, es sind noch viele Monate bis zur Landtagswahl, aber befindet sich auch schon so ein bisschen im Wahlkampfmodus? Nein, also wir haben im März kommenden Jahres die Landtagswahlen. Momentan ist es eigentlich Corona-Modus, wo es viel zu tun gibt, viel zu entscheiden gibt. Und deshalb ist es jetzt momentan keine Zeit für Wahlkampf, aber das wird irgendwann kommen. Aber momentan sind wir noch weit weg davon. Nichtsdestotrotz fühlt man ja schon ein bisschen den Spagat zwischen dem Amt als Kultusministerin und der als Spitzenkandidatin der CDU. Wie schwer ist es so, diese Balance zu halten? Natürlich, es ist immer eine Frage der Balance, aber zurzeit muss man ganz klar sagen, aufgrund der Pandemie, aufgrund von Corona überwiegen alle Themen, die mit Bildung und Betreuung zu tun haben, die mit Sport zu tun haben. Also mein klassischer Fachbereich und deshalb geht es mit der Balance zurzeit. Aber wie gesagt, das wird sich dann im Herbst, Winter sicher auch ein Stück weit ändern. Nichtsdestotrotz wollen wir es heute auch mal ein Stück weit thematisieren. Der 14. März 2021, übrigens an diesem Tag, wurde auch Albert Einstein geboren. Könnte das so ein Fixpunkt in Ihrem Leben werden? Sie meinen den Wahltag oder Albert Einstein? Nein, den Wahltag. Nein, natürlich, das ist klar, darauf arbeiten wir hin. Die CDU in Baden-Württemberg will stärkste Partei werden, stärkste Fraktion im Landtag. Ich möchte Ministerpräsidentin werden und natürlich ist das ein großer, unentscheidender Tag. Mit welchem Ergebnis? Das entscheiden die Bürgerinnen und Bürger. Könnte auch eine interessante Parallele zu Angela Merkel geben, die am 14. März 2018 zum vierten Mal im Bundestag als Bundeskanzlerin gewählt worden ist. Ist die langjährige Parteichefin und Bundeskanzlerin ein Vorbild auch für Sie? Nein, also ein Vorbild in der Hinsicht, dass ich überzeugt bin, dass die vielen Jahre Angela Merkel als Bundeskanzlerin Deutschland gut getan haben. Sicher lief nicht alles rund und sicher kann man manche Entscheidungen auch anders treffen. Aber insgesamt waren es, glaube ich, sehr, sehr gute Jahre für die Bundesrepublik. International, im europäischen Kontext, aber auch was Entwicklung angeht, wirtschaftlich und andere Themen. Und deshalb, es war eine starke Kanzlerschaft, auf die sie zurückblicken kann. Und deshalb in der Hinsicht Vorbild ja, aber jetzt nicht, dass ich alles zwingend gutheißen würde, was sie gemacht hat. Aber insgesamt finde ich schon, dass sie diesem Land sehr, sehr gut getan hat. Und ich glaube, das wird man im Nachhinein auch noch stärker feststellen wie jetzt zum Teil. Mein Vater sagte kürzlich zu mir, Kultusministerin ist eigentlich das schwerste Amt, das man in der Landesregierung haben kann. Man kann es niemandem recht machen, nicht den Lehrer, nicht den Schülern, nicht den Eltern. Ist es eine schwere Bürde, aus diesem Amt anzutreten als Spitzenkandidatin? Nein, natürlich ist es so, Bildung, daher kommt ja die Zuweisung, Bildung ist Ländersache. Es ist der einzige Bereich in der Politik, wo die Länder autonom entscheiden können, ohne Bild Berlin oder ohne Brüssel. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass Bildungspolitik, Landespolitik, dass es gestaltet, dass es Ideen hat. Und natürlich ist es immer schwierig, allen recht zu machen. Ich glaube aber, es ist auch nicht die Aufgabe von Politik, es allen recht zu machen, sondern nach einem Abwägungsprozess zu einer Entscheidung zu kommen und diese Entscheidung dann aber auch zu vertreten, zu argumentieren, zu diskutieren. Aber dass natürlich zum Teil Eltern andere Vorstellungen haben als die Schüler und die wiederum andere Vorstellungen als die Lehrerinnen und Lehrer, liegt ein Stück weit in der Natur der Sache. Und deshalb, ich kann damit gut umgehen. Mir ist es wichtig, dass über Bildung diskutiert wird. Ich fände es schlimm, wenn sich niemand für Bildung interessieren würde. In der Hinsicht glaube ich, dass es keine Bürde ist, sondern es ist das Amt, das bei den Menschen ist, das mitten in der Gesellschaft ist. Bildung ist ein zentrales Element, ist entscheidend. Und deshalb, ich komme gern aus diesem Amt heraus und mir macht Bildung, Sport, Jugend, für was ich ja verantwortlich bin, sehr viel Spaß. Ich gestalte gern und das kann man in diesem Amt. Jetzt haben Sie ja beste Voraussetzungen auch mit ins Amt gebracht als promovierte Germanistin, als Bildungsbürgermeisterin der Landeshauptstadt. Gibt es trotzdem Dinge, die Sie überrascht haben jetzt in dieser Amtszeit als Kultusministerin? Ja, natürlich ist es eine ganz andere Größenordnung. Baden-Württemberg ist ein großes Land. Wir haben rund 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern. Wir haben rund 130.000 Lehrerinnen und Lehrer, 4.500 öffentliche Schulen. Das ist natürlich ein sehr starker und ein sehr großer Bildungsstandort. Und deshalb ist eine ganze Vielfalt von Themen, was natürlich die gemeinsame Zielsetzung ist. Wir wollen Baden-Württemberg wieder ein starkes Bildungsland machen. Und da hat man in den letzten acht bis zehn Jahren doch ein bisschen an Boden verloren im Vergleich zu Ländern wie Bayern oder Sachsen. Und ich glaube, da wieder stärker zu werden, was Qualität angeht, was Angebote an den Schulen angeht. Das ist, glaube ich, ein Ziel. Da müssen wir dran arbeiten. Das tue ich auch. Das tun meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber insgesamt ist es natürlich einfach eine große Herausforderung. Aber sie können gestalten. Und wie gesagt, Bildung ist zentral für dieses Land. Ich habe neulich eine interessante Statistik gehört. Jetzt gerade während Corona-Zeiten, entweder weil sie in der Risikogruppe sind oder auch sonstigen Gründen, fehlen im Moment 20 Prozent der Lehrkräfte in Baden-Württemberg an den Schulen. In Schleswig-Holstein beispielsweise sind es nur sechs Prozent. Woher kommt dieser große Unterschied? Kann ich Ihnen nicht sagen. Aber wir haben ja seit dieser Woche eingeführt, dass alle Lehrerinnen und Lehrer einen Attest vorlegen müssen, also ein ärztliches Attest, ob sie zur Risikogruppe gehören. Gesundheits- und Infektionsschutz ist für uns wichtig. Und deshalb soll und darf niemand arbeiten, der gefährdet ist. Aber die Zahl wird sich jetzt ein Stück weit daran orientieren. Es wird ärztlich bewertet werden. Und dann schauen wir mal. Ich kann mir vorstellen, dass die Zahl von 20 Prozent nach unten geht, so wie in Schleswig-Holstein auch. Aber das werden wir uns jetzt anschauen. Aber wie gesagt, wo der Unterschied herkommt, kann ich Ihnen nicht erklären. Aber schon ein bisschen erschreckend, die Zahl eigentlich, oder? 20 Prozent? Naja gut, jetzt müssen wir mal sehen, dass die Frage der Attest spielt eine Rolle. Bisher waren wir ja in der Selbsteinschätzung. Die Einschätzung der Risikogruppe hat sich auch verändert. Und mir geht es schon auch darum, die Lehrkräfte davor zu schützen. Viele unterstellen Ihnen fälschlicherweise. Sie wollen nicht arbeiten. Und auch deshalb haben wir die Attestpflicht jetzt eingeführt, damit jeder das dann auch wirklich schwarz auf weiß hat. Und wir schauen uns an. Wir lassen momentan erheben, wie viele Lehrerinnen und Lehrer tatsächlich fehlen. Aber ich glaube, wir kommen deutlich unter die 20 Prozent, die bisher die Grundlage waren. Deutschland war, was Digitalisierung anbelangt, oftmals noch Entwicklungsland in vielen Bereichen. Das hat sich jetzt so schlagartig ändern müssen, auch seit März, seit wir diese Corona-Pandemie haben. Das gilt auch für den Bildungsbereich. Es gab plötzlich Video-Unterricht. Wo würden Sie sagen, haben Sie da noch Räder auch nachzudrehen? Denn da gab es ja auch einige Kritik, dass zu wenig Informationen auch vom Ministerium kamen, zu wenig Vorgaben gemacht wurden, zu wenig unterstützt wurden, auch was technische Ausstellung anbelangt. Ich weiß, das ist auch oft Kommunensache, weil die Schulträger in den Kommunen zu Hause sind. Aber was gibt es dort jetzt auch noch schnell nachzujustieren, gerade auch mit Blick auf das neue Schuljahr dann ab September? Also klar ist natürlich, Mitte September die Schulen komplett zu schließen, war nie vorgesehen. Und dafür gibt es auch keine Blaupause. Und deshalb meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Kultusverwaltung hat unglaublich viel gearbeitet und sich Mühe gemacht. Aber vieles war auch komplett neu und da gab es keine Vorlage für. Und deshalb war der Start sicher holpriger, gerade auch im Unterstützen von digitalen Grundlagen. Aber wenn Sie was noch nie gemacht haben, dann muss ich auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern großen Dank sagen. Dann läuft halt manches erst nach einer gewissen Zeit an. Deshalb ist der Vorwurf sicher berechtigt. Wir haben dann zügig nachjustiert. Die digitale Erreichbarkeit hat unterschiedliche Themenstellungen. Wir werden jetzt fürs Land Baden-Württemberg rund 300.000 Laptops kaufen, um Schülerinnen und Schülern das zur Verfügung zu stellen, für die, die nicht erreichbar sind, weil sie keine technische Ausstattung haben. Wir müssen sicher, was den Breitbandausbau angeht, auch noch besser und schneller werden. Und wir müssen, wie in ganz Deutschland, pädagogische Konzepte für digitales Lernen weiter verbessern und den Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung stellen. Daran arbeiten wir. Da hat sich, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten auch viel getan. Aber da waren wir sicher nicht so weit, wie wir sein sollten oder wie man es vielleicht im internationalen Vergleich zum Teil ist. Aber, wie gesagt, daran arbeiten wir und werden dafür auch Grundlagen bieten für den Start nach den Sommerferien. Anleitungen, Anreichungen, wie man auch arbeitet, welche Vorgaben es gibt. Aber es ist natürlich immer auch ein Stück weit ein Mittelweg. Ich habe Schulen und Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, wir wollen nicht so viel Vorgaben. Wir wollen auch eigenverantwortlich uns entwickeln. Andere sagen, wir brauchen sehr enge Vorgaben. Auch da gilt, da einen Mittelweg zu finden zwischen Spielraum vor Ort. Aber klaren Vorgaben, was sind die Grundlagen, das wird kommen. Und das hat man in den letzten Wochen auch nachgeholt. Aber wie gesagt, Pandemie stand auch bei uns nicht auf der Tagesordnung. Und da musste auch die Kultusverwaltung mit einer völlig neuen Situation umgehen. Und sicher, da lief manches nicht rund. Da bitte ich dann um Verständnis. Aber ich glaube, man merkt, dass wir wöchentlich deutlich besser werden. Hoffentlich auch in Sachen Kommunikation. Es wurde auch diese Woche wieder bemängelt, dass die Kommunikation zu den Schulen, zu den Schulleitern oftmals ein bisschen hinterherhinkt zu der Kommunikation auch mit den Medien. Dass manche Dinge aus den Medien entnommen werden müssen und die Schulen gar nicht so schnell reagieren können. Ist schlicht falsch. Ist falsch. Schlicht falsch. Aber wie schnell eine Schule auf was reagiert, das kann ich natürlich nicht einschätzen. Aber es gab allein meinerseits acht bis zehn Briefe an die Schulleitungen über jeden Sachstand. Wir informieren die Schulleitungen, bitten es auch an die Lehrerinnen und Lehrer und an die Eltern weiterzugeben. Wir haben eine Homepage auf dem Kultusministerium mit den meistgestellten Fragen, die sehr umfangreich ist, die täglich aktualisiert und angepasst wird. Also das ist halt etwas, was durchaus auch eine bequeme Vorgabe ist. Es ist immer einfach ein Ministerium oder gar die Kultusministerin für was verantwortlich zu machen. Wir verbessern aber die Kommunikation kontinuierlich. Aber es ist natürlich schon auch Aufgabe von Schulen, in ihre eigene Schule hinein zu kommunizieren. Das läuft zum Teil mal gut und weniger gut. Aber das ist ein Vorwurf, der sich wacker hält, der aber einfach der Realität nicht entspricht. Aber ich verstehe, in solchen Zeiten ist es immer gut, wenn man Schuldigen findet. Ich glaube mit L'Oreal, dass es wichtig ist, die Klugen suchen nach Lösungen, die weniger Klugen suchen nach Schuldigen. Ich würde sagen, wir bemühen uns um die Lösung von Problemen gemeinsam. Wir reagieren auf Kritik, das ist keine Frage. Aber manchmal wird es auch sehr, sehr einfach gemacht und gesagt, davon habe ich noch nie was gehört. Und damit muss man leben. Aber es entspricht halt nicht immer der Wahrheit. Der Vereinssport hat auch auf Lösungen gewartet. Anfang Juli ist jetzt der Zeitpunkt, dass man vieles wieder auch öffnen kann. Aber auch mit Blick auf den Profisport in Baden-Württemberg gibt es dort vielleicht eine kleine Hoffnung, dass nach dieser Zeit, die jetzt ja schon vorgegeben worden ist, dann auch mit 500 Menschen in einer Arena, dass man vielleicht mal wieder zur Normalität zurückkehren kann. Wir warten auch auf große Meisterschaften. Im November findet eine Weltmeisterschaft in Stuttgart statt, im Kunstratssport. Da sind die Sportler auch noch völlig im Ungewissen. Können Sie, dürfen Sie? Wollen Sie, naja, das Grundproblem ist halt, wir sind halt nach wie vor, und das gilt für alle Bereiche, ob Schule, ob Sport, wir sind halt nach wie vor in einer Pandemie. Corona ist nicht weg. Und wer sich anschaut, was in Gütersloh passiert ist, oder wenn sich auch anschaut, wie beispielsweise in Israel, die jetzt momentan in einem zweiten Lockdown hinlaufen, das ist das, was wir vermeiden wollen. Eine zweite Welle, wo wir wieder alles schließen müssen. Aber es zeigt sich, dass es natürlich lokal immer zu Ausbrüchen kommen kann. Und es ganz wichtig ist, dass wir natürlich schrittweise Perspektive bieten, auch im Sport. Aber immer nicht vergessen, dass wir nach wie vor mit Corona leben müssen. Und deshalb wir natürlich vieles nicht so machen können, wie es in normalen Zeiten ohne Corona die Regel ist. Und da spüre ich auch manchmal eine gewisse Ungeduld. Da kann aber keiner was dafür. Ich sage Ihnen ehrlich, von mir aus kann Corona weg. Von mir aus hätte es gar nie kommen müssen. Aber es ist halt nun mal da. Und deshalb, was das Infektionsgeschehen angeht, sind auch wir abhängig von dem, wie es sich entwickelt und wie pflichtbewusst wir uns an unsere Regeln auch halten. Deshalb, wir werden für den Sport, ob Amateur oder Profi, so Schritt für Schritt öffnen, wie möglich ist. Aber halt immer im Blick haben müssen, dass manches eben noch nicht so geht, wie wenn wir einen Impfstoff hätten. Oder wie gesagt, die Pandemie grundsätzlich beendet wäre. Und deshalb, ja, wir sehen auch, dass wir Perspektive bieten müssen. Aber ich kann momentan einfach keine konkrete Zusage machen, ab wann sich welche Situation wie darstellt. Weil das, wie gesagt, vom Infektionsgeschehen abhängig ist. Also wir brauchen auch in diesem Punkt Geduld. Jetzt ist Corona-Zeit auch keine Ferienzeit für Politikerinnen und Politiker. Das heißt, der Sommerurlaub, der wird wahrscheinlich sehr kurz ausfallen. Gibt es denn schon Pläne, wo es hingeht? Wahrscheinlich hier im Ländle, oder? Ja, hier im Ländle. Aber das fällt, meine Meinung, mir jetzt nicht schwer, weil wir meistens im Ländle Urlaub machen. Gerne im oberen Donautal, auf der Schwäbischen Alb oder sehr, sehr gerne am Bodensee. Vor allem oben auf der Höri. Also deshalb, wir werden da Tage finden zum Laufen, zum Ausspannen, auch zum Lesen. Das gehört dazu. Aber insgesamt, klar, wir bereiten das neue Schuljahr ab September vor. Da werden wir jetzt in den nächsten Tagen auch deutlich machen, was wir uns vorstellen. Vorbehaltlich, Corona entwickelt sich weiter, so wie es sich momentan entwickelt. Aber das sind natürlich Aufgaben, die jetzt im Sommer anstehen. Und deshalb, aber ein paar Tage ausspannen muss jeder haben. Und deshalb, ich freue mich drauf. Kraft tanken, es wird eine intensive Zeit im Herbst und dann Anfang nächsten Jahres dann auch im Wahlkampf. Wann folgt der Startschuss richtig in den Wahlkampf? Also zunächst geht es, wie gesagt, darum, die ganzen Themen, vor allem im Bildungsbereich, jetzt gut zu lösen und auch das neue Schuljahr mit Perspektive zu belegen. Ja, sicher mit Beginn des kommenden Jahres wird man deutlich spüren, dass der Wahlkampf anzieht. Auf März 2021 hin ist es auch normal. Aber momentan geht es darum, dass wir Konzepte entwickeln und dass wir die Dinge lösen, die Corona mit sich bringen. Und da gibt es genug Handlungsbedarf in der Bildung, gesellschaftlich, sozial, wirtschaftlich. Und das ist jetzt die Aufgabenstellung. Und Wahlkampf kommt dann nächstes Jahr. Am 14. März 2021 ist die Landtagswahl, wie gesagt, der Geburtstag von Albert Einstein. Auch Lex Barker ist an diesem Tag geboren, ein Held unserer Kindheit. Das stimmt. Und auch übrigens Fürst Albert von Monaco. Also der 14. März ist in der Tat ein ganz interessanter Tag. Schauen wir mal, welche Rolle dieser Tag auch in der Karriere von Dr. Susanne Eisenmann spielt. Wir wollen Sie nicht entlassen ohne ein kleines Geschenk. Und das bringt uns jetzt Michele Vulcano, der Marketing- und PR-Leiter der Wohninvest. Und wir haben wieder ein Grundgesetz in Magazin form. Das ist in heutigen Zeiten durchaus wieder interessant und aktuell. Immer interessant und aktuell. Und dann Wonopoli, vielleicht mal an einem schönen Abend in den Sommerferien kann man ein bisschen spielen. Super, vielen Dank. Da auch mal. Gute Idee. Alles hinter sich lassen. Danke schön. Frau Ministerin, herzlichen Dank für einen Besuch in dieser intensiven, stressigen Zeit mit vielen Terminen. Das rede ich auch. Wir freuen uns, dass Sie unser Gast waren beim Academy Talk. Sehr gerne. Alles Gute für die nächsten Wochen. Und dann einen fairen und vor allem interessanten Wahlkampf. Und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder hier beim Academy Talk. In welcher Rolle dann auch immer. Das müssen die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Vielen Dank. Danke schön. Dr. Susanne Eisenmann, unser Gast beim Academy Talk in der Juli-Ausgabe. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut. Alles Gute. Bis dann.